heute was geht wir kommen zu türchen nummer 17 des harry potter adventskalenders natürliche nummer 17 jetzt auf so türchen nummer 17 haben hier unten 17 was verbirgt sich dahinter haben wir einen wagen wahrscheinlich für die opfer der hogwarts schüler auf einmal die matsudan da so das ist fertig so ist das ganze aus aber so ein wagen den man so schieben kann wahrscheinlich da macht man die koffer drauf die Hogwarts Schüler mit nach Hogwarts nehmen und dann kann man das so schieben das wird Türchen Nummer 17 lasst gerne ein Abo da, aktiviert gerne die Glocke um keine weiteren Videos mehr zu aufpassen guckt auch meine anderen Videos gerne in dem Sinne sage ich ciao bis morgen bis zum nächsten Mal